später kommt mal her ich hab's auch dann natürlich ein attacker wenn wir die kämpfe einiges später leichter das war und so Wunderbar, hat das mal wieder funktioniert? Funktioniert, wow, was und blöd. Ich steig mal hier weg. Hier kommt schon wieder ein Monster, oh mein Gott, oh mein Gott. Es wäre nicht so, als ob ich hier noch irgendwas heute erreichen würde. Nee, ich will hier heute gar nichts mehr erreichen. Ich will hier ja nur noch blöd gegen Monster ein bisschen kämpfen. Obwohl, das würde mir noch eine Erfahrung zu verbringen, aber so nötig habe ich es jetzt auch wieder, nicht zu trainieren. Oh, ein Double Up. Das war schön. Was ist das denn eigentlich? Hm, ja. Ich denke, das ist okay. Ich denke, das ist okay. Das ist der richtige Weg. Da will ich noch nicht lang. Ich will mir erst noch ein paar Kästen holen. Okay. So. Vielleicht nicht ganz so gut, dass ich hier zwischendurch stehe. So. Tschüss. Ja, Leon. Das war wieder sehr gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Sehr beeindruckt, ja. Was ist hier? Pickaxe, yo. Die brauchen wir hier. Ist wichtig. Ich bin hier aufgebrochen mit der Pickaxe. Aber es ist ganz cool, dass ich zuerst hier hingegangen bin. So, wie Ed, der bei mir und mein Spürsinn hat mir gesagt, dass ich da hingehen muss. Der hat mir gesagt, geh da hin. Genau so in der Art. So. So. Komm. Leute, macht was. Danke. So. Danke. Sehr nett von euch. Level Up. Yo. Sehr schön. Was haben wir hier? Live Body. Yes. Live Body ist schön. Sehr gut zu gebrauchen. So, bevor ich jetzt gerade lang gehe. Werde ich natürlich wieder von Monstern angegriffen. Yeah. Wie cool. Nein, du weißt nicht. Ich habe mich zaubern jetzt noch getan. Lass mich hier durch. Danke. So. So. Yes. Ich bin cool. Oder auch nicht. War ja nur ein populärer Monster. Darauf sollte ich mir nichts einbilden. Genau. Gehen wir mal hier rein. Hier ist nämlich... ein Gedisst. Hab ich Wodenbottel? Eine interessante Frage. Habe ich Wodenbottel? Habe ich zähl. Ja. Ich bin eher nur am Rab hier. Aber keinen Wodenbottel. Ja. Schade. Aber habe ich überhaupt schon irgendwelche... Ja. Ich habe das. Und jetzt hier. Du hast keinen Gedisst. Hm. Ne. Ich denke, ich habe... Na ja, gut. Dann ist das ebenso. Ja, mit der Pickaxe ist hier aufgebrochen. Wunderbar. Für einen Iron-Helm. Iron, ich bin einfach schon ein. Gut. Kannst nicht nehmen, auch nicht. Gut, der Leon kann mitkämpfen. Ja, ihn. Da würde ich festfragen und dann kommt schon wieder ein Monster-Kampf mehr. Genau, ein Monster-Kampf. Hier, nimmt das. Oh yeah, das ist cool. Ja, und jetzt wieder Geld gefunden. Und wieder ein Level-Up. Ja, das... Okay. Oder Waffe. Für mich. Ja. Aber, äh, da hier die Zordians mitleveln, dann werde ich auch natürlich hier nicht wechseln. So, könnte das vielleicht jemand anderes nehmen. Wie zum Beispiel du? Ja, dann kriegst du das. Ja. Was soll ich daran noch gedacht haben, wollte ich nicht hier fast vergessen? Wo ist es ja eine andere Leute aus, was Starn hier gibt, die Waffen, äh, ja anziehen können. Nicht anziehen. Ausrüsten. Ja. Genau. So. Hi. Na was geht, leute? Was geht? So. stirb endlich oh danke leon nett von dir nett dass du auch mal was tust ich hab dich nicht viel tun sehen aber zumindest klaut ihr mir immer perfekt den letzten stark aber okay von mir aus ich werde mich nicht weiter vielleicht nicht nein nein du zauberst nicht so ein verdammter mist warum hast du geschaut das wirst du freuen das wirst du freuen so pack auf man kannst mich mal danke und wieder leon was sei das wie macht er das ich will auch mal den letzten schlag machen ja das ist nicht nett von dir überhaupt nicht nett naja ich hab hier war also der falsche weg nicht wahr aber das ist eine kiste noch eine frage soll ich das ich brauche erst einen roten nicht wahr oder das geht doch nicht ja geht nicht gut ja man so viele monster das ist ja so nervig das ist ja so nervig das ist ja so nervig kommt schon das ist ja so nervig das ist ja so nervig okay okay die hammer article pro hammer so heißt die irgendwie hammer blow okay aber ich weiß was gemeint ist ja das ist nicht mehr weit ist okay okay gucken wir mal was hier war okay ist das gut okay so was ist hier sehr gerne starfish okay was ist das ein katzfisch also ein sternfisch und ein schneidefisch okay das ist okay ja sage ich nichts zu warum nicht vielleicht muss man auch nicht bist ja viel spaß damit naja wir haben keine energie um dir vorstelle anzumachen oder was weiß ich auf jeden Fall ich halte mir keine strome und kann ihn deshalb nicht benutzen so ah ich muss immer alles erkunden das ist doch schlimm ich kann es hier lassen wenn man will ist ein englandchen und ähm am liebsten würde man hier wohl schnell wirklich raus aber zur anderen Seite will man auch alles erkunden und gucken ob da vielleicht noch irgendeine kiste ist ich höre da irgendeine super geile Waffe drin wo ich nicht unbedingt neue Waffe brauche aber man weiß ja nie ich muss echt öfters mal die Maus bewegen ich muss daran denken da ist aber rein gar nichts warum ich da dann steigen im Weg um mich zu ärgern ja ist natürlich klar warum sonst das auch nicht jetzt kann man direkt wieder zurück äh ok so stopp dankeschön so so hier nimmt das ja ich hab jetzt einen Schlag gemacht ich hab das gesehen ich bin so cool oh yeah ich hab sowas von drauf naja oh ja Tür auf unterlegen Schmerz Ist das der Kontrollraum? Willkommen, Failure, Fleece. Wo bist du? Das ist Clement. Warum bist du hier? Das ist Exordion. Das ist korrekt, Sir. Mein Name ist Clement, und ich bin Exordion. Ja, Clement hat auch gedacht, er wurde nicht gestohlen. Ja, der ist aufgebracht. Er hat die UV gespielt. Also, Emphelia ist hier, Meister. Aber warum ich? Äh, ja, weil du so, ey. Du musst Mädchen bist, vielleicht. Das ist ein perverter alter Mann. Ups, das will ich nicht sagen dürfen. Clement war schon immer so. Hey, was hat dir denn keinen Spaß? Äh, los, Fleece, nimm mich in deine Hand. Hey, hey, Fleece, bist du sicher, dass du dieses Ding nehmen würdest? Was? Hast du mich ein, wie, du hast mich gerade ein Ding genannt? Gut, hey, sei nicht so gemein. Was ist denn, was ist denn so ein perverses Schwert? Ähm, ja. So in der Art. Äh, wir brauchen die Klemmenskraft. Ja, aber. Ja, ich kann dich verstehen. Hm. Okay, tu, was du tun musst. Ähm, Clement, ich hoffe, du wirst uns helfen. Ja, komm. Vielen Dank. Okay, lass uns zurückgehen. Ja, ich will ja, aber ich will jetzt ins Schiff zurück. So. Jetzt können wir ausrüsten. Clement. Wunderbar. Mach mal natürlich. So. Das kann nämlich das Feld. Ja, sie kann schon ein bisschen was Feuerball, Wind, Arrow, Storm, Blast, Gliding. So, jetzt muss ich auch fast nicht riesig mehr haben. Naja, ja, sie setzt ihre Zolldien Magie ein. Das soll sie auch. Ich bin jetzt unsere Magierin hier. Die kann, ja, sehr gut mit Magie reinholen. Was ich doch schon mal nicht schlecht finde. Ähm, so. Aber jetzt müssen wir zurück. Ich glaube, auch den ganzen Weg zurücklaufen. Oh, yeah. Ich freue mich hier so. Ah, ja, 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 ja. Vielen Dank.